Dieser Ford Transit ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Transporter ist 5 Thürich, bietet Platz für 9 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Partygefilter, Tempomat, Start-Top-Automatik und noch vieles mehr. Der Diesel hat eine Leistung von 101 PS und wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 28.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.